Ich glaube, dass es so nicht weitergehen kann. Es waren gestern bei dem ersten bundesweiten Streiks fast 60.000 Kolleginnen und Kollegen im Streik. Und es waren heute noch einmal fast 40.000. Wir als Angehörige des öffentlichen Dienstes haben keine Lust, uns für diese scheiß Schuldenbremse in Geiselhaft leben zu lassen. Wir haben harte Verhandlungen vor uns. Ich glaube, wir haben lange Verhandlungen vor uns. Und ich weiß, wir brauchen dazu weiter eure Hilfe und Unterstützung. Unterstützt uns weiter. Mobilisiert auch eure Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mit einer anständigen Wettbewerbung für Lehrkräfte. Wir haben mit einer anständigen Dato. Wir werden ein Angebot auf den Tisch legen müssen, ansonsten wird es eskaliert.